Früher einmal lud der Bereich rund um den Wuhletalwächter zum Verweilen ein. Doch in einiger Zeit benehmen sich manche Menschen völlig daneben. Wenn sie mit ihren Familienstämmen aus nah und fern anrücken, um zu feiern, sieht es danach katastrophal aus. Es wäre ja ein leichtes, sich mehrere blaue Säcke mitzunehmen, um den Müll nicht unbedingt offen rumliegen zu lassen. An manchen Stellen sieht es so aus, als ob die Nutzer fluchtartig den Park verlassen hätten. Und überhaupt, das Grillen im Busch und im hohen Gras ohne sicheren Abstand kann verheerende Auswirkungen haben. Dazu kommt noch das wilde Entsorgen von Bauschutt und Dämmmaterial. Das Ordnungsamt sollte mal kurzzeitig ihren Knöllchendienst unterbrechen und einen Außeneinsatz am Rande der Stadt machen. Es würde sich lohnen. Untertitel von funk, 2017 Untertitel von funk, 2017 Untertitel von funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020